Wohl einer der häufigsten Probleme oder einer der häufigsten Fragen, wenn es darum geht zu fotografieren, ist natürlich die Frage, welches ist das beste Objektiv für meine Kamera, wenn ich zum Beispiel Landschaftsfoto mache, welches ist das beste Weitwinkelobjektiv oder welches ist das beste Portraitobjektiv, welches ist das beste Telesoom. Ich bin vor mehreren Jahren irgendwann mal auf diese Seite dxomark gestoßen, das ist einfach so eine Review-Seite, wo hier technische Produkte, man sieht hier auch viel Handys und so getestet werden, das heißt auch wenn du jetzt vielleicht ein neues Handy anschaffen willst, ist das vielleicht auch keine schlechte Idee hier mal zu gucken. Es ist so, zum Zeitpunkt eben der Erstellung hier dieses Videos ist es so, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die einen Relaunch machen oder so, es ist unheimlich schwer auf die Seiten zu kommen, die ich jetzt gleich mit euch gemeinsam anschauen möchte, deswegen meine Bitte, unten in der Beschreibung habe ich die genauen Links auf diese Seiten und ich möchte jetzt mal anfangen mit dieser Seite hier und zwar ist das die Lens-Database und da einfach über den ersten Link unten in der Beschreibung slash Lenses und dann kommst du hier auf diese Seite und jetzt sieht man, hat man hier, das kennt man ja oft von vielen so Vergleichsseiten, hier hat man die Möglichkeit eben jetzt eine Auswahl zu treffen, ich möchte mir Sony Objektive angucken und zwar im Weitwinkel und Super-Weitwinkel-Bereich, nehmen wir mal einfach an, es geht, nee, lassen wir es mal bei Weitwinkel, ich möchte gerne 35mm gegeneinander testen, ich habe es mir jetzt mal anders entschieden und deswegen nehme ich jetzt hier auch Prime Lens, das heißt ich will eine festbrennweite, Weitwinkel-Bereich, da müsste er mir jetzt eigentlich, ich habe hier vorhin schon mal ein bisschen was getestet, müsste er jetzt eigentlich mir die anzeigen, das macht er jetzt auch, Sony FE Carl Zeiss 35mm, richtig cooles Objektiv, richtig klein, aber da sollte man sich wirklich von der Kleingröße nicht beirren lassen, richtig geniales Objektiv, das möchte ich mir jetzt einmal anschauen, das heißt da klicke ich einmal drauf, an der Alpha 7 R2 und jetzt sehen wir auch was, das ist cool, jetzt werden hier die ganzen Kameras angezeigt, mit denen das getestet wurde, wir gehen jetzt einfach mal in die vollen Sachen, die Alpha 7 R Mark IV, das neueste Modell aus dieser Alpha 7 R Reihe und wenn eine Kamera in der Lage ist, hier die Qualität dieser Objektive wirklich herauszuholen, dann ist es mit Sicherheit die, zumindest was die Sony Kameras angeht und ja, jetzt ist natürlich das hier rechts einmal ganz interessant, das heißt wir haben jetzt hier so eine Gesamtbewertung, hier nochmal in Einzelkategorien, was auch ganz cool ist, möchte ich jetzt nicht im Detail drauf eingehen, aber wenn du hier auf so ein Fragezeichen gehst, dann öffnet sich in einem neuen Fenster oder auch im gleichen Fenster, öffnet sich eben dann eine Info, wie genau die das getestet haben, das heißt dann kommst du auf so eine Gesamtseite, wo das alles im Detail erklärt wird und das ist auch immer ganz wichtig, dass das wirklich gute und seriöse Tests sind, aber noch wichtiger ist natürlich, wie auch immer getestet wird, dass es natürlich für die verschiedenen Objektive und Kameras immer ein und dieselbe Testmethode ist und dann ist zumindest die Konsistenz gewährleistet, das heißt man hat eine Vergleichbarkeit und vergleicht ja nicht Äpfel mit Birnen. Wir wollen jetzt dieses Objektiv gerne mit den anderen oder mit mindestens einem anderen 35mm Objektiv aber mal vergleichen, dann klicke ich hier auf Add to Compare, hier sieht man es dann oben, wir können bis zu drei Objektive miteinander vergleichen, dann klicken wir hier drauf, Add more lenses und haben es ja hier jetzt schon so eingestellt, das heißt hier können wir jetzt nochmal den lichtstärkeren großen Bruder hier testen, das 35mm 1.4, das heißt das wollen wir jetzt da mal hinzufügen, müssen dann auch nochmal hier auf Add to Compare klicken und dann schauen wir nochmal, ob wir da nicht noch einen dritten Kandidaten finden, den wir da testen können. Schauen wir uns das mal an, das sind alles APS-C oder zumindest keine Full-Frame Objektive, 30mm 28, E-DTK-Size, F1.4, das ist für das A-Mount, ne, dann belassen wir es dabei, soll auch erst einmal reichen, das heißt wir gehen jetzt mal zurück in die Vergleichsansicht, einfach nochmal auf View Comparison klicken und das ist jetzt richtig cool, hier hat man jetzt eben so eine vergleichende Ansicht, hier könnte jetzt noch ein drittes Objektiv sein, was halt eben toll ist, wir haben jetzt hier die Gesamtübersicht und dann haben wir aber eben auch die Möglichkeit hier verschiedene Kameramodelle zu wählen, das heißt wir könnten jetzt genauso gut eine 6000er haben und dann können wir uns dieses Objektiv hier, ach das geht jetzt gerade mit dem nicht, dieses Objektiv wurde anscheinend an der 6000 nicht getestet, könnte man aber jetzt für die Vergleichbarkeit natürlich auch die 5000 nehmen, dann vergleicht man wenigstens das an einem, was den Chip angeht, mal einem relativ ähnlichen Modell, es sind natürlich Vollformat Objektive, das heißt da sollte man sowieso jetzt nicht unbedingt die an so einer Kamera verwenden, sondern dann eher die 7R Reihe dann doch eher sinnvoller in diesem Fall, das heißt ich wähle jetzt hier einfach mal die 7R II für diese beide Objektive und da habe ich zumindest eine gute Vergleichbarkeit und da kann man auch sehr gut sehen, wo hier die Unterschiede sind und man sieht jetzt auch schon auf den ersten Blick, das ist, ich sage es euch gleich, das ist eine ganze Ecke teurer, das Objektiv, und da würde ich mir das wirklich zweimal überlegen, denn selbst hier f2.8, das ist schon gewaltig lichtstark und war eines meiner ersten Objektive hier für die Alpha 7R Reihe und ich habe es wirklich von Anfang an geliebt, weil es auch einfach so klein ist, es ist super scharf und hier oben kann man jetzt noch weiter ins Detail gehen, Spezifikation, nochmal hier Measurements, Tested With, das heißt noch eine Übersicht mit welchen Kameras das getestet wurde, also hier, das ist mein Tipp, wenn du wirklich auf der Suche bist nach einem neuen Objektiv für deine Kamera, dann schau mal bei DxOMark vorbei, denn auf YouTube und so, ich freue mich natürlich trotzdem, dass du dir dieses Video anguckst, aber auf YouTube kann man natürlich auch sehr viel Zeit verschwenden und hier geht das dann oft schneller und dann heißt es natürlich ausprobieren und testen, sich die Daten für die Objektive anzugucken, ist natürlich eine Sache, schön ist es natürlich so ein Objektiv auch mal zu testen und auch da habe ich einen heißen Tipp, ja entweder natürlich im Fotofachhandel deines Vertrauens, aber ist natürlich auch schön, wenn man einfach mal, ja vielleicht eine Woche lang oder ein paar Tage, was weiß ich, im Kurzurlaub oder wie auch immer, das mal wirklich auf Herz und Nieren testen kann und da habe ich einen heißen Tipp und zwar ist das hier Gearflix, da kann man richtig, richtig günstig sich Kameraequipment ausleihen und natürlich dann auch testen und es kommt noch besser, da haben wir eine Kooperation, das heißt auf jeden Fall einfach mal unten über unseren Link auf diese Seite gehen und dann haben wir auch noch in der Beschreibung nicht nur den Link, sondern auch einen Gutschein, den kannst du dann auch verwenden, dann kriegst du nochmal Rabatt und dann kannst du hier nämlich über Technik alles Mögliche und jetzt auch einfach mal in diesem Beispiel könnten wir jetzt hier auf IMA und Vollformat Objektive gehen und jetzt mal schauen, jetzt hoffe ich natürlich, dass es diese Objektive hier gibt, die wir uns gerade angeschaut haben. Ah genau, das hier gibt es schon mal, das kleine 35mm, wäre jetzt auch zwischen den beiden mein Favorit, weil es einfach eine ganze Ecke günstiger ist und vom Preis-Leistungs-Verhältnis dann für mich auch eher geeignet. Ah ja und hier haben wir das andere, aber siehst du, du könntest dann dir beide ausleihen und das hier sind Wochenpreise, das heißt das ist wirklich nichts im Vergleich zu den Rentkosten, die man vielleicht sonst so kennt und was auch ganz cool ist, hier bei Gearflix kannst du, wenn du dich dafür entscheidest, das zu kaufen, dann kannst du dein quasi Rent-Invest, das heißt das Geld, was du hier für den Verleih, für das Ausleihen ausgegeben hast, das kriegst du dann gut geschrieben, wenn du dich entscheidest, das hier über Gearflix zu kaufen und die geben dir dann das Objektiv nochmal als Neuware original verpackt mit Garantie und allem drum und dran, das heißt wirklich Win-Win-Win, wenn du das hier mal ausprobierst, das ist wirklich richtig genial. Jetzt wollen wir aber zurück zu unserer Vergleichsgeschichte und ich hatte ja versprochen, wir gucken uns auch nochmal so ein bisschen das Thema Kameras an, auch hier dann nochmal der Link auf diese Seite unten in der Beschreibung. Ich möchte jetzt auch wieder einmal mir hier Sony Kameras angucken, sage jetzt hier Sony und ich nehme jetzt einfach mal hier, ja nehmen wir uns mal hier die 7R2, warum nicht und hier haben wir jetzt wieder einmal so eine Übersichtsseite, aber ich möchte jetzt natürlich gerne wieder mal vergleichen, denn vergleichen macht glücklich. Ich habe hier die 7R2 einmal und jetzt warum nicht vergleichen, jetzt sind wir mal so richtig Hardcore, das vergleiche ich jetzt einfach mal mit der allerersten 7R, die ich übrigens immer noch teilweise verwende. Gehen wir jetzt mal runter, 7R ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber immer noch eine richtig coole Kamera und dann natürlich mit, ja wir können jetzt hier maximal 3 reinmachen, das heißt wir hauen jetzt hier nochmal, ja vielleicht sogar die 4er rein, jetzt gucken wir mal, was wir hier alles haben. Ja, jetzt nehme ich hier die 7R Mark IV, Add to Compare und dann kann ich hier auf View Comparison gehen und das gleiche, was wir jetzt gerade mit den Objektiven gesehen haben, können wir jetzt nochmal anhand der Kameras sehen. So, jetzt haben wir die drei Kameras im Vergleich und man sieht auch auf den ersten Blick, der Unterschied ist nicht so gravierend, wie man vielleicht denken könnte, ist ja auch irgendwo logisch, das sind oft so kosmetische Sachen und ja, die Hersteller möchten natürlich eure neuen Modelle so mehr oder weniger an den Mann bringen. Hier natürlich bei den Sony Kameras, gerade im Bereich ISO, ist vielleicht so ein Thema, wo es sich auch wie jedenfalls lohnt, so auf die neueren Modelle zu schielen, aber wenn wir jetzt zum Beispiel uns mal die Landschaftsfotografie schnappen, das als Thema, das ist ja so mein Baby und dann ist, würde ich mal behaupten, hier steht es auch Landscape, hier Dynamic Range, das heißt der Dynamikumfang, die darstellbaren Helligkeitsabstufungen ist mal so mit das Wichtigste überhaupt und da schneidet die wirklich richtig gut ab, hier die erste 7R, sogar noch besser als der Nachfolger, die 7R II. So, da werden wir aber gleich sehen, wenn wir mal ins Detail gucken, das ist auch nur die halbe Wahrheit, aber das gucken wir uns mal an und das ist halt richtig cool hier an der Geschichte, du kannst halt wirklich auch schauen, was ist für mich wichtig, für Portraits ist vielleicht die Farbtiefe wichtiger, wenn du nur nachts fotografierst, stellt sich überhaupt die Frage, ob dann die 7R die richtige Kamera ist, aber abgesehen davon ist dann natürlich sowas wie hier die ISO wichtiger, aber was wieder einmal cool ist, man kann hier auch ins Detail reingehen und wir wollen uns jetzt mal diese Measurements angucken, das finde ich richtig cool und da hatte ich ja jetzt gesagt, Dynamic Range ist für mich interessant und da unterscheiden sich dann die Kameras so hier und da in den Feinheiten dann doch. Wir haben in orange die 7R, in rot die 7R II, da sieht man, und das finde ich total interessant, man sieht also im Bereich 100 ISO faktisch identisch. Hier den 50 ISO, wo die 7R sogar ein Tacken besser ist, oder genau genommen sind das 74 ISO, die hier gemessen wurden, da ist dann vielleicht die 7R, die erste Kamera, vernachlässigbar besser, aber im Bereich 100 sind sie identisch. Wenn es dann aber zu höheren ISOs geht, wird dann die 7R II zunehmend besser und die 7R IV ist da mehr oder weniger außer Konkurrenz. Und es ist so, Standardlandschaftsfotografie würde ich immer sagen, versuch wirklich den ISO auf 100 zu halten, das heißt möglichst geringe ISO, möglichst wenig Bild rauschen, das heißt das ist hier so für mich der wichtigste Bereich und dann merke ich direkt, macht das für mich eigentlich keinen Unterschied, ob ich die 7R oder die 7R II habe. Da würde dann wirklich erst so der Sprung zur 7R IV einen gewaltigen Unterschied machen. Das ist wirklich eine Blende, die die jetzt hier laut der Messung da wirklich mehr an Dynamik bringt. Und dann hier im Verlauf ändert sich das interessanterweise noch, das heißt bei höheren ISOs performt jetzt hier sogar in dem Bereich die 7R II besser. Das ist auch nochmal so, Stichwort Belichtungsreihen, ich mache das dann ganz gern, wenn ich ein HDR mache, dass ich dann vielleicht dann hier und da doch höhere ISO verwende. Aber ich habe immer noch hier mit meiner 7R wirklich richtig coole Resultate, wenn ich in diesem Bereich ISO 100 unterwegs bin. Und das macht einfach Spaß oder das ist wirklich dann wichtig, guck, überleg, was ist wichtig für dich, wenn du jetzt ein Landschaftsfotograf bist, dann ist hier gerade Dynamic Range interessant. Und wir haben auch gerade gesehen, wie du dann an den verschiedenen Kameramodellen auch eben Objektive dir anschauen kannst. Und wenn dir das Video geholfen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch. Tut mir leid, dass wir jetzt heute hier keine Fotos oder sowas gesehen haben, kein Tutorial im Sinne, wie funktioniert das. Aber war mir einfach mal wichtig, weil das sind so Fragen, die immer wieder auftauchen. Und da ist wirklich selbst der Mann, das heißt hier einfach mal gucken, recherchieren. Und dann ist man wirklich hinter eine ganze Ecke schlauer und kann dann wirklich auch mit ein bisschen mehr Selbstbewusstsein in den Handel gehen. Und sagt, nee, hier ist das und das besser oder nehme ich das und das. Ich freue mich über ein Abo, wenn du noch keins dagelassen hast. Ich wünsche dir was. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video. Dein Tobi. Ciao.